Liebe Freunde des Feuers, heute wird der Kamado Joe das erste Mal entfacht und ich werde ihn ein bisschen einbrennen lassen und dann heute nur was schnelles direkt grillen. Der erste Longjob kommt dann in den nächsten Tagen. Ich verwende regionale Grillkohle von der Familie Wieser, von der berühmten Kaltenkuchel. Dort sind die letzten Köhler, die noch wirklich selbst im Tal der Köhler, wie es hier drauf steht, die Holzkohle traditionell herstellen. Eine sehr, sehr gute Qualität, die Kohle. Man soll beim Keramikgrill ja keine Briketts verwenden und ich verwende natürlich die Öko-Anzünder, denn wir wollen keinen Spiritus oder sonstige Chemikalien im Keramikbrennraum. Die ersten Minuten lässt man den Keramikgrill offen. Und dann mit komplett geöffneten Ventilen, bis kein Rauch mehr aufsteigt. Und dann schauen wir, dass wir die Brennraumtemperatur hinbekommen. Das ist mein erster Versuch. Jetzt werde ich mich mal mit der Temperatursteuerung spielen und wie gesagt, nachdem das alles neu ist, ein bisschen einbrennen lassen, falls da irgendwelche Verpackungsreste oder so noch drinnen sind, dass das alles schön verbrennt. Und dann werden wir ein paar Würstchen und eine Zucchini machen. Wenn die Zieltemperatur, die bei mir etwa 52 Grad Celsius ist, erreicht wird, soll man beginnen, die Ventile zu schließen. Ich nehme jetzt keine Hand schauen. Also nicht da anschließen natürlich. Und dann soll man auch überprüfen, ob der Dome schon eine gewisse Wärme hat. Und die hat er, also richtig handheiß sozusagen. Und ich lasse es jetzt noch ein bisschen, beziehungsweise nein, ich mache jetzt gleich einmal auf. Und wir schauen einmal, wie es drinnen ausschaut. Lüften, also kurz öffnen und dann erst ganz öffnen. Keine Stichwärme entsteht. Ja, die Kohle wird schon oben weiß. Und es riecht noch ein bisschen neu, also wie ein neues Auto. Und ich werde es mit dem Rost reinlegen, dass der auch schön durchglüht. Und dann lassen wir das noch eine gewisse Zeit laufen. Die Zeit, seit Anzünden der Kohle sind jetzt gut 20 Minuten vergangen. So, der Rost ist drinnen. Und ich hatte jetzt natürlich ungefähr eineinhalb Minuten offen. Und die Temperatur ist sofort um circa 90 Grad gefallen. Das ist natürlich klar. Es heißt ja auch, if you're looking, you're not cooking. Also immer, wenn der Grill offen ist, geht das Gargut, das Grillgut nicht. Und weiter. Bei den Keramikgrills ist es allerdings so, dass die Temperatur dann sehr schnell wieder steigt. Das Grillgut ist drinnen. Und was tritt wir heute als Bierbegleitung? Gibt es ein steirisches Bier? Ein Puntigammer. Fertig. Ja, was gibt es eigentlich? Österreichische Bio-Zucchini und sogenannte Berner Würstchen. Das ist, glaube ich, eine österreichische Spezialität, obwohl es Berner Würstchen sind. In der Mitte ist ein sogenanntes Frankfurter Würstchen. In Deutschland ist es das Wiener Würstchen. Das ist gespickt mit Käse und außenrum ein Speckmantel. Ja, ich werde jetzt dann das Grillgut servieren. Und dann werde ich den Grill abschalten, den Kamado Joe, indem ich die untere Lüftungsklappe schließe. Und dann ab unter 200 Grad Garraumtemperatur schließt man dann das obere Ventil, dann erstarrt die Kohle und man muss nur die Asche ein bisschen mit dem Aschehaken da schüren und kann sie gleich wieder für den nächsten Job verwenden. Es hat allen geschmeckt. Bei den Würstchen keine Überraschung, denn unser lokaler Fleischer oder Metzger hat wirklich fantastische Qualität. Wie gesagt, wir schauen, dass wir möglichst immer regional kaufen. Die große Überraschung war die Zucchini, denn was ich bisher am alten Grill, der ein ganz normaler, offener Holzkohlengrillen gemauert war, nie hinbekommen habe, war eine weiche, saftige Zucchini, die durch ist und nicht schwarz ist. Und das ist hier auf dem Kamado Joe gleich beim ersten Mal fantastisch gelungen. Liebe Freunde des Feuers, bleibt mir gewogen, lasst mir ein Abo da, lasst mir Kommentare da, lasst mir einen Daumen hoch da und schaut bald wieder rein, beziehungsweise wenn ihr ein Abo habt, ihr kriegt eh die Verständigung, wenn es zum ersten Longjob kommt. Danke.